Ich bin's M! Ja! 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 Hallo alle zusammen, willkommen zu diesem neuen Video, Phasmophobia VR oder Logan, wo bist du du Spass, ich schmeiß mich mit dem Ball ab. Ich bin hier du Noob! Komm mit mit Hobbit, du 1.75er Zwerg du. Ich bin 1.80, du Bot. What the fuck you? Aber neben Logan ist noch Yannick da. Wo auch immer der ist. Wo hat der sich... Es... Begaboo! Begaboo! Ich bin nicht da! Doch! Du bist der Wunder! You can't escape it! You can't escape the truth! Ist ja der Extrem Low Level sehe ich gerade! Ja, sorry. Ich spiele nicht so oft. Nein! Also ist weg, oh no! Auf jeden Fall, das war eine zweite Aufnahmeversuch nachdem vorher ein Discord sich entschieden hat... Ich tue Piss auf K-Kanal Julian! Junge! Mach mal bereit. Wie hast du den Pitch gerade genannt? Junge! Mach mal bereit! Kinder! Kinder! Schmier du da! Mach mal bereit, Junge! Deuter dir! 1v1 gegen den Geist! Wenn die Seriosität ist, wirst du auch 5 Sekunden genau gehalten und keine Sekunde mehr. Ich versuche eigentlich immer in Richtung der Kamera zu gucken, aber das ist etwas schwierig. Deswegen, wenn ihr oft meinen Rücken seht, es tut mir leid. Guckt ihr jetzt überhaupt zur Kamera? Ja, guckt zur Kamera! Hallo Kamera! We've arrived. Check the equipment and get checked up before investigating. Eie Husus, wie geht? Oder? Boah! Alter, werfen noch hat das scheiß Handy so laut angenommen. Ich muss es auf laut lassen, sorry! Heute machen, guck mal, dieses aus! Ey! Genau, dieses aus! Alter, den Joke hast du schon vorher gemacht, du Spast! Guck den, den hier! Guck den Bot mal! Siehst du den Dinger hier? Der, der komische Aswath-Gamer? Aswath-Gamer? Hey! Aswath- Was sagst du, Aswath-Gamer? Alter, Taschenlamm sind für die Schwächen, find's für die Schwachen! Willst du jetzt den Dämonen hervorrufen? So! Kerzen sind für die richtigen Bosse! Ich glaub, der Typ wird den Dämonen hervorrufen! Hey! Hey, da ist einer! Das ist doch schon unser erster Geist! Das ist unser erster Geist! Ey, Dämon! Den, den nennt mal den Yannick, ja! Nö, ich glaub jetzt eher an, an Notklar gedacht als Geistername, aber... Hallo, ich hab mich nur, ich hab mich nur zu meiner Familie gesetzt, okay? Willst du, ich geh oben gucken, ne? Okay! Ich bin schnell oben! Nein, gehst du links, ich geh rechts, okay? Kann ich machen! Hier ist 5 Grad! Jo, boah, bist du hier! Ähm, wenn du auf Profi hast, musst du zuerst... Wenn du Profi hast, musst du zuerst den, äh, Stromkasten anschalten! Ja, hab ich auch Profi! Bist du hier? Bist du nett? Bist du hier? Wo bist du? Sollen wir gehen! What up? What up, Bro? Bist du hier? Sollen wir gehen! Sollen wir gehen! Hm... 6 Grad? Bist du hier? Bist du hier? Ich hab den Knochen! Wo bist du? Ja, wir haben den Geister gefunden! Der ist hier! Ja, da hat's so einen Temperaturunterschied! Wo denn? Hier! Jetzt 4,4 Grad! 3,8 Grad! Hast... Hast du den Stromgenerator angestaltet? Aber guck, ich hab einen anderen Räum, hab irgendwie hier... ...dein 23 oder sowas ein Grad! Okay, ich seh so echt Scheiß! Ich seh so gar nichts mehr um die Taschenlampe! Eine Taschenschlampe! Ehhh... Hallo, Altsam! Willkommen zu diesem neuen Geisterjäger Vlog! Mit der... Hey, Jörn! Logan! Oh, shit! Wo fotografiert? Ich hab einfach Nachtsicht grad! Ähm... Logan! Logan, falsch! Ja! Logan hat Türen gehört hinter mir! Warum steht vor der Tür nicht jetzt so? Mein Fehler! Oh, hier ist Wasser irgendwo! EMF im Bad! Ich will mal schnell andere Sachen! Geist gefunden! Hallo, Altsam! Willkommen zu einem Update! Wir haben den Geist gefunden! Er ist nicht der Typ, der da in der Ecke rumglitscht! Ah! Das hab ich gehört! Alter! Wo bist du hier? Ich hab's gehört! Gim aus! Bist du hier? Bist du hier? Gib uns ein Zeichen! Bist du nett? Wo bist du? Bist du nett? Hallo? Oh! 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 What the fuck? Das war das halt eben von der Aktion! du bist du hier? Hallo? Lebt ihr bald'n noch? Ja, Logan ist geschockt. Wow, shit, hast du mich gerade erschrocken, ey. Ja, Logan ist tot. Fressen wir erstmal Sanity Pillen? Ja, ich stimme zu. Armer Logan, musst du so viel von uns gehen. Das ist Logan. Ja, ich wollte eh Logan sagen, I'm sorry. Ich bin dich aber schwer verletzt. Fingerbrücke. Da war Logan wahrscheinlich dann drin, oder? Nein, da war ich drin. Die Mutti, die wollte dich dann aber so richtig grad. Ja, was soll ich denn Logan dann mal finden? Oh, hier hab ich was anderes gefunden. Was denn? Ne, 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 ne. Ne, äh, nope. Logan! Alter, Logan, du bist so fucking... Alter! Logan, stop it! Ich habe einen Totenkörper gefunden. Okay. Todesursache bekannt? 47 Einflusslöcher. Der schlimmste Sensor, den ich je gesehen habe. Ja. Danke, Logan. Oder was das du jetzt? Ne, ich war jetzt nicht. Das ist Logan hier die ganze Zeit. Ich glaube, er will nur sagen, dass Dotz-Projekt... Ähm, Logan, was, was willst du dir sagen? Entschuldigung. Entschuldigung. Logan, wenn du, wenn sie einmal ausgeschlagen haben und du uns das sagen willst, dann bitte lass den Teddy einmal auf den Boden fallen. Ich glaube, das ist ein Ja. Wir sollten mal weggehen von hier. Dotz. Ja, und dann gucken wir mal in die Kamera wegen den Geister-Orbs. Oder halt wegen Logan. Okay. Schalt um auf die Kamera. Alter! Alter! Das ist creepy! Aber hey, guck mal, da ist ein Orb. Geister-Orbs. Also, ist es ein Benji. Schreibst du auch Benji ein? Alter! Was für ne Scheiße, Logan! Hey! Stell Benji ein! Sagst du's mir bitte, wenn du's eingestellt hast? Ja! Es war ein Banshee! Ha! Ich wollte euch die ganze Zeit zeigen, dass diese Dotz-Protector es waren. Ich hab da nämlich von Geist rumlaufen sehen. Ich weiß. Ich hab das Hinweis ja auch gedeutet. Achso, okay. So, dann würde ich sagen, dann war's das mit diesem Video. Auch mit dem bald. Ja, wenn's euch gefallen hat, lass doch bitte einen Daumen nach oben und ein Abo da. Und ich freu mich natürlich immer bei Kommentaren. Und Alter, du scheiß Spast, ey! Meine Fresse, ich verprügel dich eines Tages, Junge! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen!